Hallo, ich bin Heiko Philo, ich bin Diplom-Psychologe und psychologischer Psychotherapeut. Ich habe Philosophie studiert, allerdings da keinen Abschluss gemacht. In den Videos aus diesem Kanal habe ich mich bisher mit drei Themengebieten beschäftigt. Da ist einmal Psychologie, da gehe ich Fragen nach, wie was ist Traumatisierung, wie wirkt sich Kindesmisshandlung später im Leben aus. In den philosophischen Videos stelle ich Fragen und beantworte sie auch, was ist Wahrheit, was ist Moral, was ist Gut und Böse. Und in den politischen Videos mache ich mich im Wesentlichen lustig über den Staat und über mich selbst, damit der Spaß nicht zu kurz kommt. Ich hoffe, wir sehen uns.